Seufzendes Lagerhaus Ist das McMillen anwesend? Wer ist der Killer? Machst du das? Ich muss nicht Ich muss nicht Ich muss nicht Wohne Schutzmaßnahmen Wohne Woten die Zeit Musst du aufs Meeting hauen Hat schon jemand was gesehen? Was Verdächtiges? Eine Leiche entdeckt? Ich mach ja Jägerin Jägerin Oh ich hörs Läufst du mal nicht weg Matze? Ich wollte eigentlich einen anderen hin und wir mehr schaffen Erstmal ihn durchziehen umso schneller Wenn der wieder rückläufig ist, wenn ich verjagt werde Ach da seid ihr Hier ist gerade jemand im Haus gewesen Ich weiß Entschuldigung Voll auch Sie ist da Ja Ja ich hab das Gefühl Wurde angelockt Von irgendwas Habt ihr ne Genie Pärtschnee? Ne Ne Ich bin aber lieber dran Ach du Arsch Ich hab ein Brenn des Höhnen gefunden Wo folgt sie dich? Ich nö Schau mal das Brenn des Höhnen Schau mal weg ne Mhm Schau mal was es ist Kriegst du dafür ne Info was das Wort? Ne Sollen wir jetzt Quid Rolle? Ja Ja Ich mag es halt wenn die Funken zwischen uns sprühen Die Volz wie mir ich Volz die sagen Die hat mich so verknitten Die kommt zu euch mit gezückter Axt Matze hier hinten Das ist noch ein Genie Ja wir müssen es nur ein bisschen So Rosi Ich seh sie Sie zieht auf dich Sie zieht dich Sie läuft dir nach Oh man Du liegst Ich wollte es mal als 360 machen Gibt es hier irgendwo mal ne Truhe? Ja ich weiss wo eine ist Ich weiss auch wo zwei sind Ich weiss auch wo zwei sind Oh fuck Ah scheiße der Seite Helfste seh ich euch nicht Also ich seh eine Ro- Ich seh Roller aber ich seh den nicht aus dem Charakter Die mit gezielter Axt zwar in meiner Nähe Okay guck aber in dich Auf deine Richtung In meine? Und dann wieder zu dir Daneben Wie ist denn da mir? Daneben Hi Also zum Glück lädt die einmal nach der Schranke auf Oh scheiße Vielleicht auch nicht Hi Mist Aber den Wiggle-Effekt für den Killer haben sie damals Haben sie auch abgeschwächt ne? Weil ich weiss noch am Anfang hat sie ganz schön zu tun wenn du als Killer unterwegs war und derjenige hat gewiggelt noch gerade zu laufen Ja das kann mal besser sein aber schwieriger Das ist unterschiedlich Es gibt ja auch verschiedene Perks noch Danke Danke Oh wir kommen auch gut vorher Ja sehr gut sogar Bis jetzt hingen nur Mats und ich einmal also da Guck mal guck mal die hat hier ein Herz Ja das habe ich schon hängen gesehen das sieht voll süß aus Cool Schön Hier ist Mats ja hier vorne Also da Ja Aber ich glaube in der Richtung ist kein nicht groß ein Genie noch ne Na einer leuchtet hier Bei mir grad nicht Da ist ein Genie fertig Und da hinten ist ein Ja im Haus War der im Haus fertig? Im Haus ist glaube ich gar keiner diesmal Ne im Haus ist keiner Ich habe gerade geguckt Ich habe jedenfalls keinen gesehen Meistens ist zwar einer Meistens ist zwar einer da aber Ich höre sie wie sie zielt Sie sieht irgendjemanden? Hat sie? Hast du Spaß? Laaaaaaah Hat sie? Ja Ach Mats sie spielt Aber hier ist kein Genie da kein Genie da ist kein Genie da ist kein Genie Wie viel Pech? Wie viel Pech? Im kleinen Haus muss es ein Genie sein Ne ich da wo Mats grad hingelegt worden ist Ja ja aber es sind ja noch Genau daneben ist ein Genie Es sind ja noch drei Genies Wo sind die anderen? im kleinen haus ist auch fertig ich glaube wir haben uns er hat gerade zu uns geguckt er ist beim kleinen haus in der nähe ich weiß die sieht niemanden glaube ich die denkt sie sind jemanden komm mit komm mit komm mit der ist ein genie bei mir der leuchtet schon ach dein ist auch ein genie ja hier sind zwei genies hintereinander wir sind ganz hinten in der eck ah ne der leuchtet schon der ist schon an meiner noch nicht vielleicht kommst du dein nach vorne hey fuck is this ok warum ist sie bei dir also ich weiß ungefähr wo noch ein genie sein muss weil sie kommt sie wartet an der ecke die ganze zeit da muss noch ein genie sein sie sieht mich sie sieht dich? muss ein genie sein ja hier ist ein genie perfekt den hat sie already bei mir ist ein genie bei mir ist ein genie rolle bist du bei mir noch? hm hm aber ne käste geholt kommst du ran dennis an sie? ich spiel jetzt nicht so weit weg ich spiel jetzt nicht so weit weg sie läuft weg von hin ich seh sie oh fuck matze sie ist direkt bei uns das war total dämlich doch doch sie kommt direkt zu uns ne sie läuft zu ready die hat sich selbst befreit aber wurde wieder hingehangen und damit ist sie gleich in studio 2 ja ja die probiert sich zu befreien wie direkt vor ihr steht ist halt mega achste sie kommt? sie kommt jetzt wirklich ja chill mit dir und schau mit v sie kommt zurück zu rallye sie kommt zurück zu rallye ja ja gut ok wir ziehen den genie durch ja dann gucken wir wo die Tore sind was wird uns dann angezeigt? ne welche so die kommen wieder Richtung ach scheiße linken oder ich probier den linken zu erreichen was die sind beide dort mhm ist ja mega dumm ja wir müssen da wahrscheinlich bei beiden gehen bei beiden Toren lässig arbeiten ja ich bin hinter dir dennis das ist echt schwierig ich bin am rechten gleich dann bist du auch alleine wir sind drei sind bei dem anderen ach gut schönen danke na aber dann klasse sie kommt von wo dennis äh von rechts kommt sie oh scheiße ich hab weiter rechts geguckt soll ich durchziehen? zieh durch mach ok wer ich hörste noch nicht sie ist bei dennis sie ist bei dennis dennis wie sieht es bei dir aus? die chillt hier immer noch um siehst du dich? sie ist noch nicht er ist noch nicht ganz auf sie sieht mich gerade nicht ich geh mich mal hart ich hab mich mal selber so äh riley muss raus ok bei mir ist sie offen komplett dennis wo bist du? ich halt mich gerade sie ist hier am ausgang sie ist hier am ausgang an eurem? ja ja ok meiner ist auf der ist ja direkt neben euch wennis probier sie wegzulocken ich renne zu matze rüber probier du aus dem ausgang zu kommen oh hi Ich bin aber auch vollgehalt, wie gesagt, das kannst du ruhig. Wo ist denn jetzt Matze? Ich steh im Ausgang. Ja, ich muss erstmal den Ausgang finden. Ruf mal. Hier bin ich, hallo. Matze sie ist hinter mir. Ja, sie hat Naxx nach mir geworfen. Ich muss raus. Gut, ich geh auch. Dennis, raus? Ich kann raus. Gut, dann raus. Na dann los. Sauberer Hunde, Jungs. Die war echt gut. Ja, der Killer war aber auch nicht so... Ne, aber trotzdem, das hat sich... Der hat gespielt, wie ich. Der Dennis ist. Ne, das war... Ne, lief gut. Gar keine Frage. Ich wollte grad sagen, Dennis spielt wohl noch mit dir. Ne, war nicht schlecht, doch. Na, Platz 2 ist doch gut. Ganz knapp hinter Dennis. Ne, ich bin hinter... Ne, du warst Platz 1. Ne, Dennis ist 1. 19,9 und ich hab 19,6. Geht hier in den Fleischfabrik. Komm, jetzt aber mit dem Schwein los. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ein erfolgreicheres Spiel, wie vorhin. Ne, so wie letzte Runde. Das war für mich sehr erfolgreich. Entschuldigung. Die letzte Runde war doch super. Nein, wo man ja auch das Spiel hat. Achso, du meinst. Für den Keller. Ding. Jemand schon einen Hinweis? Ach, elendes. Bedöns. Ja, ich weiß, dass du unser bist. Herzklopfen. Ich nicht. Scheinlich weg hier. Noch nicht. Hab ich auch. Ist der Clown. Und jetzt schon wieder. Wieder hier in der Gruppe. Der Haller. Läuft ja jemanden schon nach? Ja, mir. Gut. Das ist gut. Halten mal weg von uns. Machen wir die Genies. Yay, du hast so ne geile Runde. Geile Runde, Mann. Gut gemacht, Matze. Gut gemacht. Danke, danke, danke. Hab den einfach in den Eier getreten. Hab den einfach in den Eier getreten. Bin ich ganz radikal. So, wer war auch der Beste von uns? Mal gucken. Hey, ich. Huh. Kann ja auch mal stolz sein. Und ich hab überlebt. Ich auch. Ja, fickt euch doch ins Spiel. Das Spiel. Und jetzt wissen wir am wenigsten, wer der Gegner ist. Weiß ich, wer? Hat jemand schon einen Tipp? Der da. Warte, der. Zeig drauf. Fick dich. Mh. Arschloch. Blödes. Du auch. Kannst du mir mal an der Puppert legen? Wir kriegen Besuch. Für euer Herzklopfen. Was du hörst. Mein Herz puppert so laut vor Freude. Wo ist er? Ja? Keine Ahnung. Ich bin mit dem Matze Guinea. Achso, Rudinski hat's geil. Du wolltest ja nicht. Ich hab euch nicht gefunden. Du warst mit bei uns. Übrigens direkt neben uns jagen die, ne? Ja, ja. Und soft? Mhm. Zieh mal alles geil durch. Ich weiß gar nicht, worauf du es dir lassen kannst. Ja? Das ist nicht ungünstig. Mach fertig. Mach den Genie noch fertig. Mach den Genie noch fertig. das stimmt da hast du recht erst bei mir ist bei mir er kommt zu dem der most boden liegt willkommen zu mir es sieht ein hübsches mädel hängen da muss er klar drauf ich bin gegen die wand gerannt die wand ja okay es war ein fässer auch egal er läuft zu euch beiden nach oben und wie es läuft hier im kreis er kommt zu euch da oben die dort spaß haben es sieht euch der blöde blockiert halt die ganze zeit er ist hier so unten oben ich bin bei warum habe ich keine werkzeugkiste mehr einer müsse mit genie langsam los und zwar zweck für dich den sitzt gerade an einem aber ich glaube unwahrscheinlich dass ich den ins fahrzeugkriege wenn er jetzt direkt zu mir kommt er läuft zu euch er läuft genau auf euch zu als ob er das gesehen hat wollen kommt ihr vielleicht nur die anderen erst mal unterholen und so dass ich den genie hier machen ja er jagt mich achte er kommt ja ich dich doch läuft ja noch okay ich probieren sollten linken da weg bitte ja was denn der kader ist dafür dass der eine geschwindigkeit hat wie so ein speedboot kommt zu dir ne ne camp bei mir er camp bei euch beiden er ist tot macht gehen nichts macht gehen nichts solange der hier camp macht gehen ja jetzt ist der andere tod ja er gewartet bis der andere stirbt bekommen sie auf dem server auch mein lieber das glaube ich das haben wir letztens auch probiert keine chance gehabt wir wollten auch endlich man testen das ist bei mir warum und du bist unten ich bin auch unten diese hitbox ist so komisch wo noch unten hierbei er ist noch unten ich bin oben ich hole mal zu er ist jetzt auch oben bei mir er hat mich ganz böse angepasst hol dich rum Entschuldigung dann trete ich aufs spiel er zieht uns das sieht aus meiner Sicht um so zu sein dass er nicht drauf ist und er springt ey ja genau er kommt runter wo lang ist er? kriegst du dennis? ne ich bin grad bei dem spielt ihr wie? er ist grad bei mir er spielt wohl? nein nein ich bin versteckt ich bin dennis ich komm hoch der ist noch bei mir der ist noch bei mir der steht direkt vor mir der dreht ab der geht wieder hoch der ist bestimmt zu uns hoch ja und von dort kommt er wo die Tür ist wo die Treppe ist da hab ich ihn gerade gesehen da hab ich ihn gerade gesehen da hab ich ihn gerade gesehen er hat dich gesehen Matze er kommt jetzt direkt zu dir mal zu wenn du schlau warst warst du vorher raus auf den Schrank ich hab dir gesehen wie du reingelaufen bist weiß ich nicht? keine Ahnung also zumindest hab ich dich ja auch gesehen wie du da reingelaufen bist aber dich hat er nicht gesehen scheinbar ich bin extra in den anderen Tag auf die andere Seite wo mich hätte nicht sehen können und ich glaub gegen den schlägt der Deck Matze stirbt jetzt ne? ja chill mit Ö und schau mit V fuck brauchst du mal den schönen Schrank nicht? warte Dennis ich sterb jetzt auch such die Luca er ist mit mir hier ich sterbe jetzt der müsste ja eigentlich wissen dass er jetzt unten suchen muss und ihr ja der ist ja nicht doof sind ne er ist eine erkennt die spielschirmächanik nicht wie ich so wie der spielt kennt er die es ist aber eine scheiß kleine Map ehrlich gesagt ja ja aber dadurch die so verwinkelt ist hat auch für'n schau sie, schau sie, schau sie ja so komm rein ach hast du Karte lesen dafür gebraucht? nein aber einfach mal noch gemacht ne? er wollte es auch mal gemacht haben so ich würde denken das wars oder? ne Rude schaffen wir jetzt nicht mehr ne wird ja 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 ja